So ist gut, ne? So, hallo, schönen Tag, ich bin Tom Schreiber, ich bin seit letztem Sommersemester oben unter den Eichen, wo es sehr schön ist, im Fachbereich DCSM ist das, ne? Und im Studiengang Kommunikationsdesign für Film zuständig. Was Sie hier sehen, ist meine allererste Kamera, die, also nicht mir gehört, aber mit der ich Erfahrung hatte. Mit dieser Kamera lief mein Vater immer durch die Gegend, der war bei Sony, Verkaufsleiter für Homevideo, ja? Und sollte diese Kisten irgendwie an den Mann kriegen. Das ist gnadenlos gescheitert, weil diese Dreiviertelzoll VHS dann Platz machen mussten und VHS sich durchgesetzt hat, ein paar Jahre später. Den ganzen Restchaos meiner Familie möchte ich Ihnen auch gar nicht zumuten. Ich habe dann Abitur gemacht, 1988 nach sechs oder sieben Umzügen, Zivildienst gemacht in München und bin dann 1993 habe ich mich beworben an der Kunsthochschule für Medien und bin da angenommen worden dann auch 1994. Das war ein sehr wichtiger Schritt, weil an dieser Schule war die Philosophie, dass man total offen arbeiten kann, also wirklich eine Kunsthochschule. Die Ansätze waren total frei, wir hatten jegliche Freiheit und wir durften uns ausprobieren und unsere Handschrift, was immer das auch dann ist, finden. Ich zeige Ihnen mal mein allererstes Werk aus dieser Zeit. Ich hoffe, man kann das kennen. Ein Ausschnitt daraus. Es ging da drum, Architektur, also dokumentarische Miniaturen im Architekturbereich. Achso, ich muss wieder ins Bild. Ja, wir durften uns ausprobieren, wie Sie sehen. Es gab keine Regeln und das haben wir gnadenlos ausgenutzt. Während des Studiums bin ich dann 1996, 1997 mit einem Stipendium an die ECTW San Antonio de los Baños in Kua gegangen. Dieses Bild, weil es dort tatsächlich diesen Pool gibt. Die Schule liegt in einem Orangenhain, irgendwo 40 Kilometer außerhalb von Havanna. Im Nichts. Aber es gibt diesen wunderbar olympischen Pool, den Fidel Castro da hat hinbauen lassen. Die ist gegründet worden von Castro, Garcia Marquez und Fernando Birri für Studenten aus Lateinamerika, Afrika und Asien. Escuela de tres mundos heißt sie. Weil die wollten, dass sie sozusagen eine eigene Filmsprache entwickeln können und nicht auf die westliche amerikanische Welt sozusagen reagieren müssen. Das ist dann Mitte der 90er, als ich da war, ist das alles umstrukturiert worden und es durften dann auch Studenten aus dem Rest der Welt dort studieren. War auch eine tolle Erfahrung. Den Film, den ich da gemacht hatte, den mute ich Ihnen jetzt nicht zu. Ich habe meinen Abschluss gemacht an der Kunsthochschule für Medien 2000 mit dem Kurzspielfilmbieter Redukta. Wie Sie sehen, habe ich dort meine Zivildiensterfahrung verarbeitet. Ich habe keine Zeit, das zu zeigen, aber ich kann Ihnen erzählen, der surft gleich auf dem Sarg den Gang runter. Es geht um den moralischen Verfall, den man in dieser Zeit hat, wenn man ständig irgendwie mit Leichen zu tun hat und aber eigentlich gar nicht darauf vorbereitet ist. Also wir mussten ständig auch Tote in den Keller, hier wird ja alles in Deutschland in den Keller geschoben, was tot ist und das mussten wir machen. Und man hat wirklich, Sie hören das vielleicht auch in der Art und Weise, wie ich das erzähle, man kriegt sowas wie einen moralischen Verfall in dieser Zeit und es passieren diverse Dinge, die nicht passieren sollten. Davon handelt dieser Film. War recht erfolgreich und machte mir auch die Tür auf, dann für meinen ersten Spielfilm, auf den ich gleich komme. Da gibt es nur noch ein paar Sachen dazwischen. Mit einigen Studenten von der Kunsthochschule haben wir dann nach Beendigung des Studiums Datenstrudel gegründet. Inzwischen wird das weitergeführt, auch als Firma von zwei dieser Studenten. Aber in der Zeit dann war das eine Aktionsgruppe, in der wir sozusagen das Internet einmal im Monat bespielt haben. Das ist eine Art Web-TV. Das war 2000 noch recht neu. In diesem Fall sehen Sie hier das Gesicht von Jacques Brel in neun Teile geteilt, an solche langen Stangen gebastelt und vor die Verkehrsaufsichtskameras von der Stadt Köln gehangen. Dann konnte man im Internet auf dem Screen nicht neun Kreuzungen, sondern Jacques Brel sehen. Das war sehr, sehr schön. Hat leider nicht funktioniert, weil es so stürmisch war in dem Tag. Aber die Idee der Ansatz war schon sehr, sehr schön. Ich gehe jetzt noch mal kurz hier raus, weil das möchte ich Ihnen auch zeigen. Das war eine andere Aktion, die wir gemacht haben dort. Das ist die Olympiade im Liegen. Der fliegt, der fliegt. Seht ihr, wie transidiös er sich hat? Oh nein, der stört uns. Der Kurs von Bete ist gestört. Ja, das war eine komplette Olympiade im Liegen. Sie sehen hier, es gibt alle Sportarten, die wir auch live kommentiert haben. Und war ein ziemlicher Klickerfolg für damals. Also wir hatten wirklich viele Leute. Da ging es eigentlich darum auszuprobieren, was kann man mit Formaten im Internet machen. Also das war eigentlich die Idee. Wir haben das immer humorvoll versucht zu lösen und das Spaß macht. Aber die Idee war damals schon rauszufinden, was kann man eigentlich mit diesem relativ neuen Medium, das man wirklich so live streamen konnte, damals war ja 2000 noch nicht so richtig ausprobiert, alles machen. Da gibt es ganz viele andere Sachen noch davon, www.datenstudio.de. Das lohnt sich mal. Dann bin ich 2000 auch nach Barcelona, also erst nach Madrid, dann nach Barcelona gegangen. Hab das jetzt mal für Sie gefüllt mit diversen Regieassistenzen und Arbeiten als Cutter für TV und Werbung. Ja, habe ich auch gemacht. Aber ich habe auch diese Städte sehr genossen. Dann gab es noch die Vorbereitung auf meinen Debütfilm Narren, den wir dann 2002 in Köln während des Karnevals gedreht haben. Ich habe jetzt keine Szene direkt von dem Dreh genommen. Nicht von dem Karnevalsdreh, weil ich ihnen eher zeigen möchte, was für Figuren für mich wichtig sind. Und das sind die Anti-Helden oder auch vielleicht sogar die Trottel. Wohin, Sie? Lass den Putsch! Komm mal runter! auch das geht schief wichtig weil es wirklich da so die einstellungen die figuren werden sie noch öfter sehen ist es wirklich die trottelfigur die mich interessiert der der antiheld der in seiner trottlichkeit so liebevoll ist dass er jegliches klischee durchläuft und erst ganz spät merkt dass er sich davon befreien muss davon geht sehr viel mit meinen filmen weltverbesserungsmaßnahmen erste co-produzenten tätigkeit ein episodenfilm über diverse dinge wie man die welt verbessern kann ich habe leider nicht die zeit mehr darauf rein zu einzugehen und dann 2005 die gründung der produktionsform 58 filme 850 firme deswegen wir wollen 58 projekte machen die uns am herzen liegen und dann machen wir die firma zu und wir sind bei 29 also wir haben noch ein bisschen es wird langsam sich natürlich extremst weil mein kollege professor in mainz inzwischen ist seit zwei jahren und wir jetzt professoren sind das heißt es ist extrem langsam geworden die 29 gibt es auch schon da seit dreiviertel jahr und wir machen mit dem die firma war auch ist eher als ein label gedacht ach so warum ich ihnen das alles zeige weil das ja ich die bandbreite ist auch die in meiner lehre natürlich stattfindet ja also das ist genau das was ich den studenten mitgeben möchte ist es gibt eine riesige bandbreite und wir suchen uns immer kleine teile raus und filme machen kann man eigentlich nicht beibringen eine kamera kann man nach ein paar sekunden bedienen und dann kann man film machen das heißt man muss es eigentlich bei indem man es macht indem man guckt indem man viel versucht herausfinden es gibt ein paar regeln die man aber gott sei dank auch über bord werfen kann ziemlich schnell porträts deutscher alkoholiker ein dokumentarfilm hatte auf der berlinale 2010 war es glaube ich seine premiere es geht darum dass sechs alkoholiker ihre geschichten erzählen wir sehen sie aber nicht und die regisseurin und die kamera suchen bilder a für den zustand der personen was in dem fall die kegel sind und b zitiert die kamera sozusagen die schöne fassade die schöne deutsche fassade und wir hören die geschichten im hintergrund erstaunliche weisheiten sind da hervorgekommen er ist ein wirklich toller film ja weil tolle bilder findet sie auch tolle regisseurin ist ein toller film weil er einfach zeigt dass diese diese krankheit der alkoholismus besonders davon lebt wenn die leute auch das sind alles leute aus der mittelschicht wenn die leute ständig versuchen müssen es zu vertuschen ja also ständig die normalität noch normaler erscheinen zu lassen es sind lohnt sich ja weder zu gucken ich bin ein bisschen langsam wahrscheinlich ich mache jetzt schnell den zeige ich ihnen auch noch weil der großer bestandteil unserer des curriculums oben ist stop motion mache ich immer sehr gerne schweizer junger schweizer künstler der diesen film mit dem wir diesen film produziert haben alles in stop motion in einzel bildaufnahmen gemacht die haben ein komplettes haus zerlegt mit diesem film der film hat eine erstaunliche karriere weil wir haben ihn nicht auf den klassischen film distribution und distributions weg gebracht sondern wir haben ihn wirklich in der kunstwelt angebracht es gibt nur dreimal diesen film als kopie der ist an sammler auch verkauft und was sie hier sehen ist so das maximum was ich legal überhaupt darf ihn zu zeigen gleich ist auch schon schluss ja die hütte stand dann nicht mehr aber es ist ein toller film es geht da auch mehr um mehr als nur eine zerstörung des hauses sondern es geht auch sozusagen das eigene ich und was ist und was in einem selber drin wohnt ja es hat sehr poetische momente noch dieser film dann diese freunde mortimer und seine kollegen auch ein sehr schönes projekt ich zeige es ihnen schnell weil ich weiß ich bin zu langsam handpuppen ja das ist ein projekt an dem das finanzieren wir noch wir versuchen geld dazu ist sehr schwer es sind handpuppen die wir die von der wunderbaren puppenspieler und suse wächter gebaut und gespielt das ist sie das ist suse ja die steht dann da in grün vor grün dann wird dieser diese handpuppe wird stereokopisch aufgenommen das heißt für 3d präsentation mit zwei kameras sozusagen kann man das erklären die nehmen diese puppe auf sie wird dann im computer in diese welt gesetzt und diese welt besteht wiederum bei diesem projekt nicht aus einer 3d welt auch für die puppe sondern wie beim theater aus so 2d ebenen und in diesen ebenen bewegen sich dann die puppen ich zeige ihnen kurzen ausschnitt das ist allerdings habe ich natürlich echt einen tollen ausschnitt gewählt weil das glaube ich der dunkelste der große unterschied zum puppenspiel von suse wächter zu zb den mappets oder so dass sie wirklich sie kann die puppen so bewegen als wären sie lebewesen man nimmt diese figur sofort als nicht als eine puppe war sondern als ein filmcharakter es ist sehr erstaunlich man wirklich auch emotional mit diesen figuren dabei ist ja ich mache mal hier stopp weil sonst dauert es wirklich leider alles zu lange was sie jetzt hier sehen sind diese einzelnen ebenen auch und in dem 3d wenn sie jetzt alle eine brille dabei hätten 3d brille dann würde das auch so in diesen raum eine tiefe geben er ist ein sehr sehr spannendes projekt sehr schwierig zu finanzieren wir hoffen wir kriegen das noch hin